Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bitcoin Update Video. Ja, es ist heute Nacht echt viel passiert. Ich brauche jetzt hier kein Panikvideo machen oder sonstiges. Jedem ist aufgefallen, dass Bitcoin kurzzeitig bei 24.000 US-Dollar ist. Jegliche Positionen wurden jetzt liquidiert. Auch meine übergeordnete Long-Position, die wir ja eigentlich hier, könnt ihr euch noch daran erinnern, die Verdopplung hatten bei 27.6, wurde jetzt auf Stop-Loss Entry ausgestoppt und jede weitere Position als erster Mal auch. Doch warum es jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, jetzt dem Markt hinterher zu rennen und gleich wieder irgendwelche Long-Positionen zu eröffnen, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Ansonsten natürlich auch die Gründe mal ganz kurz besprechen. Was waren die Gründe für den Abverkauf und wie ist jetzt der weitere Fahrplan? All das werden wir uns jetzt anschauen. Alles ganz human, nicht mit Panikvertrieben und sonst was. Schauen wir uns das an, bevor wir starten. Gerne dem Video schon mal ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen, und wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Würde ich mich freuen, wenn ein paar von euch dazukommen. So, und dann gehen wir rein in die Analyse. Bitcoin derzeit wieder ein bisschen erholt bei 26.500 US-Dollar. Und in der Spitze ging es, und das müssen wir auch mal betonen, auf einigen Börsen auf 24.300, 24.200. Und das ist auch so ein Problem derzeit. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, was waren die Gründe? Es gibt Gerüchte, ich glaube bestätigt ist es noch nicht. SpaceX hat seine ganzen Bitcoins verkauft. Es kam dann gestern so ein bisschen im Umlauf. Dann Evergrande hat natürlich Insolvenz angemeldet, auch wenn das Thema für mich oder meinerseits, dachte ich, es wäre abgeschlossen, es ist safe früher oder später gehen die in die Insolvenz. Natürlich hat es einen Input auf den Markt, natürlich hat es einen Input auf die Stockmärkte. Auch das werden wir uns auf jeden Fall jetzt am Wochenende mal genauer angucken, im Wochenausblick. Aber ja, das waren halt jetzt im Endeffekt die Katalysatoren, die dazu geführt haben. Furkan hat es dann auch nochmal gepostet. 800 Millionen Liquidierungen innerhalb einer Stunde. Rekord nach dem FTX-Crash. Natürlich, wenn Bitcoin hier 4.000 Dollar oder sowas fällt, in ein paar Minuten ist es natürlich absolut krank. Long-Positionen, die natürlich auch liquidiert wurden, wundert nicht. Da war meine auch dabei, in diesem Sinne, die wir hier unten eröffnet haben. Wir haben technisch gesehen erst einmal die komplette Ineffizienz, über die wir seit Wochen immer wieder gesprochen haben. Wurde erst gefüllt. Wir hatten einen kurzen Step bei 27k. Es ging dann aber, wenn wir uns das im 1-Stunden-Chart mal angucken, ging es dann einfach bodenlos innerhalb von einer Kerze hier auf 24.300 US-Dollar. So, wie ist jetzt der weitere Fahrplan? Ich habe es, XRP kommt später auch noch im Video, könnt ihr euch auch darauf freuen oder halt auch nicht, ist mir völlig egal. Da werde ich später noch meine Meinung dazu sagen. Ja, wir hatten diesen bodenlosen Abverkauf Richtung 24.300 US-Dollar. Wenn wir uns jetzt die Bewegung anschauen ab 19k, wäre jetzt hier ungefähr das Golden Pocket und unsere Daily Demand Zone, die hier auch noch drin ist. Also das heißt, der Markt hat zumindest an Support gestoppt. So, jetzt haben wir aber das Problem, solche Wigs werden in der Regel früher oder später aufgefüllt. Es ist einfach technisch so, dass, sage ich jetzt einfach mal dummes Geld, diese Wigs kauft und früher oder später werden die gefüllt. Und wir reden hier nicht hier von 100-Dollar-Wigs, wie wir teilweise in den kleineren Timeframes darüber sprechen, sondern wir sprechen hier prozentual von einem 8-9% Wig. Und ihr glaubt doch nicht, dass der nicht mehr gefischt wird. Das muss man mal ganz ehrlicherweise dazu sagen. Das nächste Problem, was wir dann haben, wir haben direkt darunter unter diesem Golden Pocket bei 23.800, die nächste Ineffizienz, das ist diese blaue Linie, und darunter wartet dann auch nochmal das CME bei 20k. Also es ist nach derzeitigen Stand nicht ausgeschlossen, dass wir die 20k sehen. Hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass wir das nicht traden können. Muss man natürlich auch unterstellen. Zum Spot kaufen würde ich jetzt hier erstmal abraten. Hätte es sich gelohnt hier bei 24k, macht es Sinn. Oder dann im Endeffekt auch bei 22.600 oder auch bei 20k. Also das sind so die nächsten Spot-Zonen, über die man nachdenken könnte, um Bitcoin nochmal nachzukaufen. Zum Traden macht es meiner Meinung nach derzeit, zumindest hier in diesen Etappen, sehr, sehr wenig Sinn. Einerseits 4 Stunden extremer WIG, der meiner Meinung nach gefüllt wird. Das heißt, einen Abverkauf hier runter kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das wird zumindest nochmal den Bereich der 24.100 bis eben 23.700 US-Dollar sehen. Hier irgendwo diesen WIG füllen, die Liquidierungen, die wir hier unten haben, oder diese Long-Positionen, die dann hier unten wahrscheinlich getriggert werden, wieder ausstoppen und dann zumindest nochmal einen Versuch nach oben hin starten. Die Frage ist, wo wird dieser Versuch hinknallen? Wir haben hier den nächsten Bereich, der interessant werden könnte. Wenn wir vielleicht diesen kleinen WIG hier noch mitnehmen, hätten wir Luft bis ca. 28.300 bis 28.700 US-Dollar. Das sind die Zonen, auf die es meiner Meinung nach jetzt erst einmal ankommt. Das heißt, der Markt kann von mir aus jetzt erst einmal, von mir aus kann er auch gleich wieder hier hoch, aber ich rechne dann auf jeden Fall nochmal eben mit diesem Abverkauf. Ich gehe ganz schnell davon aus, dass dieser WIG hier früher oder später einfach gefüllt wird. Und das ist im Endeffekt jetzt auch die Analyse. Ich würde euch jetzt nicht raten, hier auf FOMO oder Teufel komm raus, irgendwie wieder reinzulongen, hier reinzuschorten. Wir sind jetzt gerade mittendrin. Das heißt, wir haben nach oben hin, wenn wir uns das auch mal prozentual angucken, 7% nach oben und genauso haben wir 8-9% nach unten hin. Das heißt, wir sind genau in der Mitte. Und persönlich macht es hier egal, welchen Timeframe wir uns jetzt angucken. Gehen wir mal einen 15-Minuten-Timeframe, da sieht es noch übler aus. Und da seht ihr auch diese fette, fette Long-Candle, die hier reingekommen ist. Und ja, das ist im Endeffekt das gleiche Spiel, wie wir es bei XRP hatten. Sehr, sehr viel Kaufvolumen, wird gefischt, Markt reagiert nach oben, die ersten Themen wieder long. Und wenn wir nach einem 15-Minuten-Chart gehen, haben wir die größte Ineffizienz hier in diesem Bereich, bei den 27,5. Also das ist so die Zone, die können wir uns mal im Auge behalten, für einen eventuell Short. Ich bin auf jeden Fall Short erstmal eingestellt, weil ich ja bei den traditionellen Märkten auch schon, bei Krypto, dass es so stark nach unten geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also das ist so krank, dass wir zumindest mal Support kriegen, irgendwie bei 27,6, hätte ich gedacht. Aber gut, ist halt so. 24K wurden angedeppt. So, und dann, wie gesagt, kurzfristig ist es möglich, dass wir eben hier nochmal die Zone anlaufen, auf dem 15-Minuten-Timeframe, die 27,5, und dann einfach wieder komplett abverkauft werden, um diesen Wig früher oder später zu füllen. Also es macht einfach keinen Sinn, jetzt hier irgendwie FOMO-mäßig in irgendwelche Trades reinzurennen, würde ich euch jetzt einfach nicht empfehlen. Ich mache jetzt auch erstmal Seitenlinie, weil es macht einfach keinen Sinn, irgendwie hier sich wieder sein Portfolio zu verdummen oder sonst irgendwas. Wir hatten gestern kurzfristig mal ein Aris, der war bei 5, also so hat er geschlossen, waren aber sogar mal kurzfristig beim Abverkauf bei 3. Also es ist schon heftig, wenn wir das mal so ein bisschen in Relation zu den vergangenen Dumpsätzen. Schon ein krasses Event, muss man schon mal ganz ehrlicherweise dazu sagen. Aber, wie gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, hier irgendwie FOMO hinterher zu rennen. Beobachtet das Ganze, bleibt ein bisschen ruhig, lasst euch jetzt nicht noch irgendwie in Panik verstürzen oder sowas. Meinsam einfach keinen Sinn macht, wir können das sowieso nicht beeinflussen. Muss man auch mal ganz dazu sagen. Und ob sich das dann bewahrheitet mit Elon Musk und sowas, also das SpaceX halt verkauft hat, werden wir im Endeffekt dann sehen. Also müssen wir alles nochmal abwarten. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Liquidation, sehr, sehr viele News im Endeffekt, die jetzt hier wieder auf Eintreten. Dann hatten wir natürlich die Bitcoin-Spot-ETF, die verzögert wurden. Gestern kam dann raus, okay, Grayscale will seinen Trust in einen ETF umwandeln. Also sehr, sehr viele bullische News. Bisschen viel zu viel bullische News, muss man auch dazu sagen, die den Markt dann im Endeffekt dann nochmal komplett ausgespült haben. Und was vielleicht auch nochmal in Erinnerung gerufen werden müsste, wir sind in einem Bärenmarkt. Wir sind immer noch nicht in einem Bullrun. Wir haben es immer noch nicht geschafft, hier oben diese Level zu durchbrechen. Wir haben es zweimal versucht, hier und hier. Lange Konsolidierung. Die Möglichkeit wäre eben gewesen, wo wir darüber gesprochen haben, hier die 27,3, dass wir dann hier den Pump in Richtung Bullrun kriegen. Haben wir nicht bekommen. Wir sind technisch gesehen immer noch in einem Bärenmarkt. Und dann sind solche Dumps natürlich auch früher oder später möglich. Interessanterweise wollte ich jetzt nochmal auf ein paar Sachen eingehen, und zwar die Dips. Wir sind hier bei Bybit, bei Perp, sind wir in der Spitze auf 23,6. Bing X 24,3. Also um das hier nochmal anzusehen, 24,3 auf Bing X. Jetzt werden wir das Ganze mal noch auf BTC, auf hier Dollar, Bitstamp machen. Da waren wir sogar nur bei 26k. Also ihr seht schon, wir haben hier extreme Börsenschwankungen. Egal auf welcher Exchange, jeder hat andere Kurse. Und deswegen gehe ich eher davon aus, dass auch so Bitstamp-Kurse früher oder später eben genau dahin kommen, wo im Endeffekt auch Bing X, Bitget, Bybit, was weiß ich, wie die ganzen Börsen heißen, auch waren. Das heißt, die Marke von 24,3 wird früher oder später sehr, sehr wahrscheinlich nochmal angelaufen. Aber gut, warten wir jetzt erstmal ab. Bleibt erstmal ein bisschen auf der Seitenlinie. Das waren jetzt erstmal die Gründe. Es macht keinen Sinn, jetzt hier FOMO reinzurennen. Kauft vielleicht Spot ein bisschen nach, das macht vielleicht eher Sinn. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir eben diesen Bereich hier unten einfach noch einmal sehen werden. Und das war das Wort zum Sonntag. Wir hören uns dann später zu einem XRP-Video wieder. Da bin ich echt mal gespannt auf eure Reaktion. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Glotze ich zu viel auf den Chart, macht eh keinen Sinn gerade. Und warten wir jetzt erstmal ein bisschen ab. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir und wir hören uns dann später wieder. Bis dahin, ciao, und wie immer, stay quick.